So, wir geben mal ihm hier den Endschuss. Nice. Okay, jetzt haben wir den Alarmhaus gelöst. Das ist eine Ross-Schnapperkeule. Wow. Dann klettern wir mal hier hoch. Was ist denn hier drin? Hat das den speziellen Grund? Warum ist das Ding hier? Wahrscheinlich irgendeine Sidequest später. Okay. Ich komme nicht raus. Gehen wir mal links rum. Holen wir uns den nächsten. Wir befreien Angelstedt, Leute. Äh, 150, glaube ich. Ach, ich habe keinen Bogen. Und ich wundere mich schon, warum ich keine Pfeile abgeschossen kriege. Masse ist wichtiger. Ei. Ach, der hat einen... Okay. Der hat Tooling anvisiert. Wir können ja nicht das Master-Schwert benutzen. Oh, 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 oh. Nehmen wir eine Kleinigkeit essen. Ja, komm, warum nicht? Angelstedt, Leute. Das hast du dir so gedacht, ne? Habe ich doch kommen sehen. So. Wahrscheinlich das Schiff müssen wir auch säubern, ne? Das ist das Schiff. Das ist der Schiff.